2, 1, und los geht's, los, los, los. Paul, ein bisschen schneller, genau, das ist das letzte Mal jetzt, komm, 4, 3, 2, 1, gut, reicht, raus in der Ecke, langsam drauf vorgehen, ich will dich so was vor, ich hab doch was, 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 bleib stehen, bleib stehen, hier sind die Gerichte, ingeh, okay, wegschlagen, ingeh, ja, verstanden, ja, Pan Pan, nur das, Pan Pan, warte noch mal bei mir, Pan Pan, Lass mal das weg und schau dir nicht durch die Nase, sondern zieh dir einfach nicht durch den Kinn. Jetzt gucken, dass du es nicht abkriegst. Untere Seite. Du nimmst deinen Schwachanzug hoch. Ich greif dich bitte an? Ja. Nicht erst vorkommen und dann die Hand rausnehmen, weil das die Fall ist schon bei dir im Kinn. Wer musst du hin? Mit den Händen mal kurz ausmachen. Und wenn ich jetzt komme, wegschlafen und nach oben. Hast du keine Chance mehr, wenn du so da stehst? Ja, dann musst du was anderes machen. Aber wenn du da nicht schlägst, hast du die Hände hoch, dann ist das schlecht. Dann kannst du dann versuchen, einen schönen Satz rauszumachen oder eben was anderes zu nehmen. Aber jetzt hast du das noch, check Zeit. Und ganz abgesehen davon, wenn du mich anmachst und mich haut willst oder irgendwie, was weiß ich, dann stehe ich nicht so da. Wenn du jetzt noch mehr schlägst und noch die Hände hochzunehmen. Aber dann würde ich die Hände schon links wegnehmen. Also auf diese Distanz schlägst du, also ich hab dich so aus der Schwachung oder so. Dann hätte ich halt gehört, wenn du mit dem Bissch. Okay, verstanden? Dann gehst du, okay? Zurück, okay. Nicht vorher weggehen, weil wir es nicht gut machen, okay? Ja. Zurück. Wenn du bist so hoch, kannst du besser reagieren. Die Decke dran, die Hände sind am besten. Ja. Und dann lockst du die Decke dran wegnehmen. Dann ist das auch. Cool. Stopp! Bleib stehen! Was war denn mit dem Hände? So, hätte sie schon haben müssen, okay? Das lässt sich. Können wir mal schlägst du hoch? So, schlägst du mal Sackerstich. Okay? Du bist ja vorher in dem Kurs schon. Stopp! Bleib stehen! Genau. Genau. Aureatma, mit Schleifchen. Da, komm her. Stopp! Bleib stehen! Nicht wegschreien. Okay, halt dich mal mit deinem Liegen fest. Da, ich kann mal gehen. Lass dich mal auf den Fuß zu kommen. Versuch mal so anzukommen. Vorher zu stehen. So einzukommen. So, ja. So. Nicht abkanten. So. Und dein Fußtritt geht da hin. Da hin. Da hin. So. Also, geht's los. Tschüss. Auf den Luskirche. Ey, wer lacht? Ah, jetzt kommt der Flügel hier. Warte. Warte. Ja, muss ich jetzt einfach stehen. Zack. 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 Mit dir recht kommt ein Tisch. Zack. 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 So, Paul. Die Hände nach vorne. stacks Hosperson. Zack. Oh, jetzt restlich. Mit ihr oben durch œ Sean. Können wir weiterführen? Ja, hier, aber ich glaube, es ist ein Mensch. Wie ist das, Charly? Ist das so? Nein. Nice to look at the world. Warte. 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 Ich muss da auch wieder den Flügel verstellen. Wir sind am Ziel, glaube ich, vorbei. Warte. Wo ist sie? Du hast mir ins Gesicht gesriegt. Warte. Hey, das ist eine Kamera. Warte. Warte. Wenn die mich anspritzen, dann tut das nichts. Seid danach, weil das sind alle Gehwassermärer in ihren großen Dinger. So, ich mach mal ein eigenes Ding. Ich will das nicht! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Ich hab jetzt die Glitschnose-Jose. So, reicht jetzt! Los, soll ich abgehen? Was auf meine Augen? Nicht um den Kopf gehen! Könnt ihr vor Runden rennen, dann werdet ihr auch trocken! Oh, jetzt hat dann angefangen zu regnen! Ich hab jetzt die Glitschnose-Jose. 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 Ich hab jetzt die Glitschnose-Jose.